Der SC Freiburg gewinnt in Bochum und bleibt weiter an den Spitzenplätzen dran. Dadurch, dass Bayern ja unter anderem verloren hat, ist das Ganze sehr eng zusammengerückt. Freiburg hat jetzt 40 Punkte, das ist sehr stark und hat heute verdient gewonnen. Da muss man ganz klar sagen, die Bochumer waren einfach heute nicht gut genug. Man hat sicherlich in Anführungszeichen nur 2 zu 0 gewonnen, aber ist durch Grigoritsch in Führung gegangen und das war da das verdiente 0 zu 1. Die Bochumer haben kaum Chancen gehabt, haben sich kaum mehr was rausgespielt und die Freiburger waren einfach drückender, waren einfach besser. Das war dann auch der Pausenstand und es war dann Höhler, der auf 0 zu 2 erhöhte, war ein schönes Tor, war super rausgespielt und die Bochumer haben einfach schlecht verteidigt. Das kann man, denke ich, besser machen, haben sie aber nicht hingekriegt und das Ganze hat es auch nicht besser gemacht, als sie dann auch noch in Unterzahl gerieten, denn Locia ist vom Platz geflogen. Auf jeden Fall zurecht. Es ist eine Karte gewesen und da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das hat das Leben für den VfL natürlich nicht leichter gemacht und was mich ehrlich gesagt gewundert hat, dass die Freiburgers nicht geschafft haben, nochmal ein Tor zu erzielen und es hätte eventuell noch eins dazukommen können. Es gab eine strittige Szene in der Nachspielzeit, aber ich finde, den Elfmeter hätte man geben können. Allerdings, ja, am Ende gewinnt man und ein Tor mehr oder weniger, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, Abonnier nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.